Willst du mich veräppeln, oder wat? HP ab... Ah, KP plus. Ah, ich weiß auch nicht. Tentacool, du bist nicht cool. Ich guck noch mal ein bisschen nach. Ähm, ja. Ähm, ja. Wie für Postgame-Islands? Pokémon... Pokémon... Juga... Gold... 90 Most... Game... Game... Ähm, wie hieß die eine Insel nochmal? Äh... Amami-Town... 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 Und wo finde ich die Insel? Naja, und wie kann ich die erreichen? Dann ist das jetzt ein Problem. Naja... Vielleicht werde ich ja mal privat mal ein bisschen gossen müssen. Ach, ich weiß nicht. Tentacool, du bist nicht cool. Hier gibt's keinen Hafen. Hier gibt's einfach gar nichts. Da ist er, ist doof. Hallo, Junge. Dreh dich aus voller Lunge. Vogel und Gehe. Und die Ruinen. Die sehen immer so aus, als ob sie am Strand sind. Sind die aber nicht. Ich könnte aber mal hier... War ich da schon oder... Oder nicht? War ich da schon oder nicht? Aber ich glaub, ich war da schon, ne? Einmal umgerätzt schon, du... Hey, ich bin ein wildes Pokémon. Schaut mich an, ich bin ein Mordort. Vergiss das einfach. Ich bin auf Entdeckungstor. Nicht um dich zu sehen. Möchte ja, Willpool. Möchte ich mich ficken? Mir natürlich nicht. Ist auch geil, ne? Geil! Hm. Das ist ein seltsamer Ort. Den Jungen werden wir erledigen. Einmal wie ein Wort von. Nathan. Grafari. Hehehehe. Nicht mehr. Warte mal, was? Ich kann dich beißen. Sieht aber nicht so lecker aus. Wo macht das Tier eigentlich hin, wenn es mal muss. Das ist halt die große Preisfase. Ein Punkt, wenn es nirgendwo hin macht. Ah, da kann ich ja wenigstens mal... ...nochmal kurz, ähm... ...die Randteile... ...der Eckenteile... ...der Eckenteile... ...dass in die Straße... ...sieb nicht so aus. Aber, naja... Ich weiß nicht... Ich muss erst mal... Sooo... Ich muss erst mal gucken... Naja... Wollen wir mal den hier machen? Plätze Tausch... Hm... Ähm... Sieht irgendwie nicht ganz so richtig aus, aber ich probier's mal... Ähm... So vielleicht? So... So... Sieht aus wie in diesem Frankenstein-Teil... Das sieht irgendwie falsch aus... Muss ich mal... Hm... Hm... So... Da ist hier aber ein Frankenstein hier... Zurechtgeschustert... ... So... Du hast... ... was hier in Anu... Amon... Amon... Amonitas... Nun sind verstümmelt. Ah, das soll man harmonisiert werden. Ja, das sieht man schon so die Konturen. Also bei weiten Teilen lag ich schon richtig. Zu großen Teilen. Aber das sieht auch irgendwie, naja, nicht ganz richtig aus. Das sieht ja aus. Ähm, wie es halt aussieht, ja. Nö, ne, ja. Da hat man schon mal was. So. Ich muss ja mal ein bisschen probieren. Ja, sieht schon mal was aus. Ist aber trotzdem noch so, ähm, öh, naja. Nö, ne? Ich weiß nicht. Hm. Ich probiere nochmal ein bisschen. Und dann langsam bekomme ich wieder Sachen her. Ja? Fast. Also fast heißt hier wirklich fast. Das gehört aus dem Randentil zu. Na ja, noch nicht ganz. Ich muss mal probieren. Naja, man muss ja auch mal die ganz dummen Ideen mal ausprobieren Sieht aber schon da was aus Also mehr oder weniger Hm, ich weiß nicht Also die weiten Teilen richtig Und dann doch irgendwie Nicht ganz Vielleicht so Nö Also mehr Ich weiß nicht Ich hatte hier auch schon Was käme da eigentlich noch in Betracht Sieht doch eigentlich richtig aus Naja Jedenfalls Ich warte mal Warte mal Irgendwo müssen noch die Diese komische Geschichte sein Die Giotto Vielleicht Vielleicht Wenn ich nach North Island gehe Da ist aber auch nichts Ist ja kein Hafen North Island Sugar Town Na ich weiß nicht Die Zuckerstadt Oder habe ich da irgendwas übersehen Neon World Tegu Neon World Tegu Tegu Neon World Tegu Ich weiß nicht Ich weiß nicht Wisst ihr was Ich mach mal einen Schnitt Und schaue Nochmal die alte Schauen nochmal die aktuelle Aufnahme Die Gratidige nochmal an Vielleicht habe ich da irgendwas überlesen Übersehen Ich guck nochmal im Netz nach Ich werde also nochmal einen Schnitt machen Und dann gleich weitermachen Also Bis gleich Also hoffentlich bis gleich Also ich mach mal kurz einen Schnitt Also bis gleich So Jetzt kann ich aber Da habe ich mal doch mal Ich habe mal Endlich mal rausgefunden Wie es weitergeht Also Ich spiele weiter Wie man das mit den Inseln So eigentlich hinbekommt Ich kann das mal zeigen Ich habe mal ein bisschen rumprobiert Ich habe übrigens die Die Pause zwischen den beiden Aufnahmen Also vorher war ich noch mal Für eine kleine Klopause Ich musste sowieso tatsächlich mal Auf die Toilette Von daher traf sich das zufälliger Was tatsächlich Sogar Hey verpiss dich Du böses Mädel Ich wollte nicht wegen dir ausweichen Verpiss dich Danke Ich habe herausgefunden Wie es geht Also Man geht erstmal hier hin Wie normalerweise auch immer Machst du was Man geht einfach runter Hier wird nichts Besonderes Das ist ja immer das Besondere daran So Also Man quatscht den Typen an So Man sagt dir Bla 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 Also man sagt Bla 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 Nö Natürlich nicht Also Bekommen zum West-City-Box So Would you like to Like to So Hab ich immer mit Ja immer Hab ich immer mit Ja abgenickt Und dann Ja Dann hat sich die Sache Irgendwie erledigt Und ich wusste nicht weiter So Was ich machen muss Ist einfach B drücken Beziehungsweise Nein sagen Also mit No Die ehrlich Frage Quittieren Also B drücken So We know Also offert Tripst du Nihons Southwest Islands Das ist es Was ich gebraucht hätte Einfach Nein sagen Und ich hab die ganze Zeit mit Ja Und dachte dann Habt ihr ja auch schon gesehen Hey Wo geht's denn eigentlich Zu Südwesten Und ich hab mal die Ich hab einfach mal Ein bisschen rumprobiert Und ja Also das war glaube ich 5, 6, 7 Minuten Die ich gebraucht habe Höchstens Also Clubpause In Begriffen Tatsächlich Hab immer zufällig Mal doch mal ein bisschen Guck und Naja So Would you like to Click the bell Oder Ja Es wäre sehr viel Besser gewesen Hätte man eine Auswahlmenü gehabt Wo man sich Und man aussuchen Können Und man nach Teku Willen Oder nach Südwesten von Nihon Sein Auswahlmenü Wäre wirklich Sehr viel Offensichtlicher Und entgegenkommender gewesen Weil Ihr wisst Ihr seht ja Was sonst passieren Kann Und man sich Nicht bewusst Ist dass man Einfach mit Nein sagen Eine zweite Option hat Man muss also Nein sagen Beim Anschein Dass du Auskommst Wusste ich Gar nicht Das muss Doch mal Einem Gesagt Werden Da ist ja Blöde dran Mehr Es ist das Ticket Natürlich Flasch Bla 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 Ticket Das ist Bisschen Gern geschehen Dann geht es Hier raus Ja Deporting So Please Get on board Du bist Der boss Das heißt Wir haben Jetzt Was Ein bisschen Wie eine Zweite Generation Wie Den offiziellen Spielen Dieses Eine Schiff Da Mit Den Trainern Da Drinnen Das Ding Das Kann Man Nicht An Labern Das Wir haben Einmal Fröhnen Allerdings Ordnung Du Null Er Er Blöden Er 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 Ich hab übrigens noch ein bisschen Schokolade aus dem Kühlschrank geholt. Schokolade, hab ich nur noch zwei Riegelchen. Noland möchte kämpfen. Ah, also ich hab noch ein bisschen Schokolade. Zum Freschen für zwischendurch. Also nicht wundervoll, wenn ich mal nicht laber. Mit vollem Mut labern, das gehört sich nicht. Deswegen, ah, aber ich kann ja eh, weil ich spule ja immer vor. Also bis gleich. So, da wurde der Noland besiegt. Und ich hab aber noch Erdbeben gelernt. Also das Verfahren mag ich. Das ist too much to handle, denke ich auch. 1192 Euro, schmass es nicht. Hab ich also nur noch Erdbeben. Das ist für das Verfahrenmännchen. Mülleimer anquatschen. Da ist nichts drin. Weil mein Kopf ist auch nichts drin. Außer Scheiße. Aber wer hat dir denn schon in den Hirn geschissen? Hier ist dein Kabin. Wenn dein Pokémon herrn, ich hörte, take a nap in your bed. It will hear them. Das ist also mein... Oh! Da haben wir ein PC an Bord. Wenn das mal keine... Ähm, in der Schaft ist... Was ist das denn? Oh, hallo, everyone. Das ist ein Kapitän hier, der da spricht. Die hält sich am... Ah, die Titanic mal wieder. Durch raues Wetter. Aber alles ist gut. Und nichts ist in der Waffe. Wir kommen als Plank. Oh, das ist alles. Dann glotze ich mal rein. Nö, just for fun. Oh, QL. Das Schiffchen da unten, ne? Einfach so, jo. Aber ist auch egal. So, also, wir machen jetzt weiter. Hallo, Fettsack. Ich bin auf die Islands, zu put on firebourses. Ah, firebourseschancen hier, hier Feuerspocker-Geschichten. Wer möchte nicht mehr kämpfen? Lyle möchte kämpfen. Na dann, bis gleiche, Leute. Ich frage auch noch Schokolade. Das war's. Also, weiter. Bis gleich. Lyle wurde besiegt. Geil. Whistle, der Flames tiny. Denk ich auch.